Jo Leute, willkommen zu einer neuen One Piece Manga Kapitel Review, dieses Mal für Kapitel 1112. Ich bin Barker von diesem YouTube-Kanal Barker Critic. An meiner Seite habe ich wie jedes Mal meinen Bro Nandos bei mir. Ahoi Nandos! So, endlich aus der langen Pause zurück. Hi, was geht? Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Das wird auf jeden Fall geil. Ja, genau. Jetzt ist ein paar Wochen her, seitdem wir die letzte Review schon verspätet rausgehauen haben, aber dieses Mal sollte es pünktlich rausgehen. Bevor wir starten, erst mal auf Zuschauerfragen und dann noch über das Chapter zu reden. Kurzer Hinweis, bitte, bitte, wenn euch diese Review gefallen sollte, dann liked das Video und kommentiert etwas. Am besten einen Kommentar, der zehn Wörter oder mehr hat, damit der Algorithmus auch merkt, dass ihr keine Sexbots seid. Also bitte nicht einfach nur Nudes in Bio oder sowas schreiben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob diese Meta auch auf YouTube existiert, aber irgendwas, was anderes würde uns sehr helfen. Das am besten vielleicht irgendwas, was mit One Piece zu tun hat, zum Beispiel Feedback zum Inhalt oder Feedback zu uns. Aber wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr schreiben sollt und uns irgendwie doch supporten wollt, kopiert irgendwie was Lustiges, zum Beispiel ein Referat. Ich habe gesehen, letzte Woche hat einer was über Pflanzen geschrieben und einer hat darunter kommentiert, das erinnert mich sehr an Barkers Lochreparat. Und ja, sowas dürft ihr uns auch gerne präsentieren. Solange es nichts ist, was euch oder uns in Schwierigkeiten bringt, ist es mir relativ egal, was ihr postet. Darüber hinaus, schaut doch gerne so auf dem Kanal vorbei, also auf der Playlistseite meines YouTube-Kanals. Da sind auch verschiedene Formate in Playlists aufgelistet. In der Regel entgeht mir keins meiner Videos. Also ihr solltet nichts verpassen, wenn ihr jede dieser Playlists durchgehen solltet. Und natürlich folgt mir und Nandos auf Twitter, wenn ihr das mögt. Das könnt ihr alles finden in der Beschreibung dieses Videos. Wenn ihr da vorbeischaut, findet ihr unsere Twitter-Links und so weiter und so fort. So, erstmal anfangen möchte ich mit ein paar Kommentaren von unserer letzten Review. Und ich werde viele dieser Kommentare einfach nur vorlesen und nicht groß drauf eingehen, weil die für sich eigentlich gut stehen. Aber es gibt ein, zwei Kommentare, wo von uns Feedback notwendig ist. Erstmal das Erste von Ghosted. Wir haben ja viel darüber geredet, was uns dieser Lutschi-Kampf gegen Zorro überhaupt gebracht hat oder nicht gebracht hat. Und wollten wissen, ob das überhaupt jemanden gejuckt hat. Boah, Frosch im Hals. Auf jeden Fall hat er oder sie geschrieben, Lutschi ist Safe, Gewinner der Woche. Die Cover-Story von Lutschi hat für mich richtig an Bedeutung gewonnen. Also das war auch so eine Sache, die ich jetzt durch die Kommentare gelernt habe. Es gab ja diese Cover-Story von den CP9, was nach Inis Lobby passiert ist. Und da konnte man schon sehen, dass Lutschi und Kaku ein bisschen Beziehungen aufgebaut haben, Relationship aufgebaut haben. Das habe ich tatsächlich komplett vergessen und das war insofern ganz gut. Er sagt, ich verstehe, dass man den Kampf richtig scheiße finden kann. Was kämpferisch passiert ist, war auch null besonders. Aber ich fand die Thematik eigentlich ganz interessant. Wenn man alles von dem Kampf zusammenliest, geht es ja darum, dass Zorro alle seine Gegner immer besiegen will. Es aber eigentlich in dieser Situation keinen Vorteil dafür gibt, sondern eher hinderlich ist. Das sagt auch Lutschi im Kampf. Jinbei ist dann quasi der weise Mann, der Zorro überzeugen will, dass Lutschi eigentlich schon verloren hat. Ich denke auch, dass das eher Trash-Talk von Zorro war, dass er Lutschi eigentlich direkt besiegen kann. Also das ist eigentlich ganz gut, dass hier quasi Zorro noch was dazu lernen muss. Und quasi seine Kämpfe sich richtig oder besser aussuchen sollte. Ja, okay, ich verstehe den Punkt, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis mit der Cover-Story. Das stimmt, das hatte ich auch vergessen. Aber ich finde so das Letzte, was der Kommentar gesagt hat, dass es halt so eine Art Charakter-Development für Zorro sein soll. Das hilft ja auch nur dieser letzten Portion des Kampfes oder jetzt halt diesem letzten Chapter, wo Luki ja eigentlich schon besiegt ist, aber Zorro dann irgendwie noch weiterkämpfen will. Aber das macht ja diese vorherige Zeitverschwendung nicht gut, weil nicht ungeschehen, weißt du. Und ja, kann man sagen, das ist Trash-Talk von Zorro, aber dann war es halt schlechter Trash-Talk. Dann hätte er halt auch liefern müssen. Du kannst so viel Trash-Talken, wie du willst, wenn du halt dann auch lieferst. Aber wenn du den Kampf dann unnötig in die Länge ziehst oder nötig in die Länge ziehst, keine Ahnung, dann ist es halt ein bisschen wack. Und deswegen stehe ich dazu. Und das widerspricht wieder einmal deinem Take vom letzten Mal, wo du meintest, dass Zorro die One-Piece-Version von Jimmy Butler wäre. Ja, true. Wobei der hat auch oft getrash-Talk, wo er dann nicht liefern konnte. Also ja, schwierig gerade. Aber jetzt ist er verletzt, also alles gut. Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben und so. Gut, immer noch besser als die Porter-Familie, so. John Arrow sagt, ich habe gerade überlegt, was ich Witziges schreiben kann, aber irgendwie fällt mir nichts ein. Und einfach was Lustiges aus dem Internet- oder Chatverlauf kopieren finde ich zu langweilig. Ich persönlich nicht, aber egal. Also beschreibe ich einfach hier meine missliche Lage. Aber ich möchte einfach mal euch für euren Content und für die regelmäßigen und schönen langen Reviews danken. Ich fühle mich immer, wie als wenn wir zusammen abhängen und über One-Piece reden. Ist oft eine Aufwörtung für den Tag. Danke, danke, danke und bitte weiter so. Ja, das ist cool, genau. Manchmal muss man auch die guten Sachen hervorheben. Es sind nicht nur Assis im Internet unterwegs und das will ich betonen. Finde ich ein schönes Bild, sodass wir einfach so in der Runde zusammensitzen und uns über One-Piece unterhalten. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich cool. Nächster Kommentar. Ja, das ist mehr eine Erinnerung für mich, beziehungsweise ein Aufruf an Rudolf Haar. Er hat geschrieben, in den drei Wochen Pause habe ich mir vorgenommen, Angel Sanctuary durchzulesen. Bin jetzt bei Band 5 und habe noch einiges vor mir. Trotzdem schon mal danke für die Empfehlung, Barker. Und dann hat er ein paar Tage später geschrieben, so bin durch. Und ich erwarte jetzt Feedback unter dieser Review, wie er es gefunden hat. Und ich will einfach nur lesen, dass es die beste Erfahrung aller Zeiten war. Geil. Ja, wir hatten ja auch unseren Angel Sanctuary Podcast, also unsere und auch meine Meinung kennt ihr ja. Sehr, sehr geiler Manga, ja. Bester Manga, genau. Deswegen mehr Leute. Und vor allem kommt ja jetzt bald wieder eine neue deutsche Auflage von Angel Sanctuary raus. Ja, die läuft tatsächlich schon. Also da sind jetzt so zwei von diesen Doppelbänden, glaube ich, sind schon draußen. Also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Genau, ihr solltet wirklich Peak Fiction lesen und vielleicht noch nicht am Anfang Peak Fiction bei Angel Sanctuary, aber es sieht zumindest von Anfang an überragend aus. Glaubt mir, die Story nimmt sehr schnell dann Fahrt auf. So, dann nächster Kommentar von Pikti Mundi, einem der besten Anime-Youtuber überhaupt und Manga-Youtuber. Also wenn ihr guten deutschsprachigen Content verfolgen wollt, solltet ihr unbedingt auf Pikti Mundis Kanal vorbeischauen. Er sagt, weil ihr immer meint, wie unaufmerksam und vergesslich ihr seid, ich kann mir viel weniger aus One Piece merken als ihr und nehme eigentlich aus jeder Podcast-Folge alte und neue Informationen mit. Sicher gibt es Leute, die mehr zu diesem Manga wissen als ihr, aber für jemanden wie mich, der das Kapitel nur einmal kurz durchliest und dann Wochen später das nächste, ist der Podcast wirklich ein Informations- und Kontextgewinn. Das ist doch nice. So viel zu dem, dass, genau, das ist nice und das wertet wieder Nandos Fauxpas vom letzten Mal auf, wo er uns beide bloßgestellt hat. Jetzt habe ich wieder Selbstvertrauen, danke dafür. Ja, aber tatsächlich habe ich auch eine ähnliche Leseerfahrung wie Pikti Mundi. Also ich lese die Chapter jetzt auch nicht hundertmal irgendwie nochmal durch oder so. Ich studiere jetzt nicht jedes einzelne Panel, was man natürlich gerne machen kann, aber ich bin da so ein bisschen lockerer und ich glaube, du auch. Also du bist ja sogar, also du kommst ja meistens sogar mit diesen ganzen Theorien von Twitter, die lese ich mir ja gar nicht durch. Die kenne ich alle gar nicht. Deswegen, ja. Ja. Nächster Kommentar. The Ursu oder Ursu. Hey, dankeschön für euren tollen Content. Kurzes Fight Quickfire. Okay, hier sind unsere Meinungen nach diesen Fights gefragt, so schnell wie möglich. Mihawk versus Dragon. Ich sehe kein Szenario, wo Mihawk hier nicht klärt, oder? Ach so, potenzieller Kämpfe, okay. Ja. Warte, sollen wir jetzt den Gewinner prediken? Auf wen würdest du wetten? Okay, ja, Dragon. Ja, Dragon. Du Dragon, okay, ich sag Mihawk. Ja, ganz klar. Echt? Okay. Ja. Buggy versus Chopper. Ich kann mir diesen Kampf überhaupt nicht vorstellen. Und ich wüsste auch nicht, was Chopper gegen Buggy unternehmen soll, wenn ich ganz ehrlich bin, außer ihnen halt ein bisschen hinzuklatschen. Aber Buggy hat sich gegen schlimmere Leute durchgesetzt oder beziehungsweise überlebt. Was soll Chopper mit ihm anstellen? Das Ding ist, Buggy ist ja immun gegen so Schnittattacken, aber gegen so Schläge oder Stöße ja nicht. Also ich glaube, Chopper hätte da schon eine Chance. Also ich gehe mit Chopper. Ich glaube, das Deus Ex Machina hinter Buggy ist viel zu groß, als dass jemand mit Chopper da eine Chance hätte. Ja, gut. Ja, okay. Okay, Katakuri versus Sanji, das finde ich viel interessanter. Mein Eindruck ist nämlich, und das ist jetzt die Sache, also ich habe nicht das Gefühl, dass selbst Sanji jetzt, wo er dieses ganze Maschinen-Power-Up bekommen hat seit Wano, irgendwie auf dem Level von Katakuri ist. Das Ding ist, also wenn du halt wirklich so von diesem, von der Bedrohlichkeits-Level ausgeht und von dem, was wir tatsächlich in Kämpfen gesehen haben, also hundertmal von hundertmal würde ich Katakuri sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass Oda will, dass Sanji stärker ist. Weil theoretisch ist, weil theoretisch hat Sanji ja jemanden mit einem höheren Kopfgeld schon besiegt, ne? Ja. Mit Queen darf man jetzt auch nicht vergessen. So, das war jetzt, was Sanji da in dem Kampf gezeigt hat, nicht beeindruckender, als was Katakuri gegen Ruffy gezeigt hat. Ähm, aber ich glaube trotzdem, erst aus so einer Meta-Perspektive, wie auch man auch immer das sagen will, Sanji stärker sein soll. Aber weil ich Fanboy bin, gehe ich trotzdem mit Katakuri. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht mal, dass Zoro gegen Katakuri wirklich gewinnen würde. Also ich kann es zumindest nicht wirklich sehen. Das ist halt das Ding, also Katakuri war in dem Kampf gegen Ruffy wesentlich beeindruckender als jetzt King gegen Zoro. Also King war auch schon sehr krass so, aber Katakuri war ja wirklich eine absolute Maschine. Aber das ist jetzt halt auch schon zwei Arcs her, ne? Also ich glaube in der Zeit hat sich halt viel getan. Bzw. Oda will so tun, als hätte sich viel getan. Ja. Ich glaube, so würde ich sagen. Aber ich bleibe trotzdem bei Katakuri. Okay, Quickfire, schnell weiter. Jinbei vs. Hancock. Ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten Leute würden hier Jinbei sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie horny er auf menschliche Frauen ist. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute unterschätzen, dass Hancock tatsächlich richtig, richtig stark ist. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist enger, als man glaubt. Aber ich will mir nicht vorstellen, dass Jinbei schwächer ist als sie. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil ich mir vorstellen will, dass jemand, der über eine Milliarde Kopfgeld hat und Teil der Strohhutbande, also der Bande ist, die wahrscheinlich für den neuen König der Piraten arbeitet. Ich will mir einfach vorstellen, dass Jinbei krasser ist. Ja, aber warte mal, was war denn Boa Hancocks aktuelles Kopfgeld? Das wurde doch auch vor kurzem ... Ich nehme auch an, dass sie so um die Milliarde oder so herum sein müsste. Ja, warte, das war schon ziemlich krass. Warte mal kurz, ich schaue es kurz nach. Du musst natürlich auch bedenken, dass eine Anführerin ein deutlich höheres Kopfgeld bekommt. 1,659 Milliarden, also das ist schon ziemlich ... Okay, das ist ungefähr gleich auf mit Jinbei. Und das passt ja auch, weil die Shijibukai waren und so. Aber Stand jetzt ... Ich kann mir auch gar nicht so viele Leute vorstellen, die krasser als Jinbei sind. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen zu viele Jinbei-Aktien gekauft habe. Aber wie gesagt, ich finde, Hancock kommt zu schlecht weg, was dieses ganze Powerscaling-Ding angeht. Aber Jinbei ist, glaube ich, eine der Ausnahmen, die sie wirklich besiegen könnte. Ja, also das Ding ist genau, Hancock ist auf jeden Fall mega stark, auf jeden Fall. Aber im Kampf gegen Jinbei wäre ihre Teufelsfrucht wahrscheinlich useless. Deswegen würde ich auch mit Jinbei gehen. Okay, Enel versus Doflamingo. Da würde ich ganz klar sagen Doflamingo, weil Enel kam noch nicht mal mit einem Gummimenschen zurecht. Was will er gegen jemanden machen, der wirklich Haki beherrscht? Also ich bin bei Enel. Also ich meine, das war ja literally das schlechteste Match-Up, was Enel hätte erwischen können mit Ruffy. Also es war ja wirklich sein natürlicher Gegenspieler-Counter sozusagen. Also ich glaube, dass gegen jeden anderen Enel noch mal deutlich besser aussehen würde. Also ich würde sogar mit Enel gehen. Und der hat ja auch so eine Form von Haki angewendet, ne? Also ... Ja. Shanks versus Kaido. Ich meine, im Grunde hatten wir das ja irgendwie kurz um Marineford herum, offscreen, dass es hieß, dass Shanks irgendwie Kaido zurückhält oder so. Ehrlich gesagt tue ich mich Stand jetzt noch extrem schwer, mir diesen Kampf vorzustellen. Einfach nur, weil Kaidos Fähigkeiten als Drache so übertrieben krass sind. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Typ nicht der mächtigste Mensch auf Erden gewesen ist. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben gesehen, er war gleich auf so mit Big Mom und so. Und ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Big Mom eine Chance gegen ihn gehabt hätte. Aber es liegt daran, und das wird für das nächste Match-Up halt genauso wichtig oder die nächsten zwei Match-Ups, es gibt hier eine krasse Diskrepanz zwischen Comedy-Stärke und Bad-Ass-Stärke. Und Kaido sagt in diesem Lager, er ist Bad-Ass-Stark. Aber du hast gesehen, dass jemand wie Luffy, der Comedy-Stark oder auf den Comedy-Peak ist, absolut mit ihm den Boden aufgewischt hat, weißt du? Deswegen tue ich mich schwer damit, wie cool ist eigentlich Shanks von dem, was wir gesehen haben. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass Shanks sogar zehnmal stärker ist oder nur mit Kaido gespielt hat oder so. Aber von dem, was wir jetzt gesehen haben, würde ich wahrscheinlich mit Kaido gehen. Krass. Ich finde es halt echt schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde dann aber mit Shanks gehen. Weil ja, Kaido haben wir halt schon mal verlieren sehen und Shanks halt noch nicht. Ich würde einfach mal nach der Logik gehen. Okay. Nami jetzt gegen Alon. Das ist halt wieder die Sache aus Comedy-Stärke und Bad-Ass-Stärke. Ich weiß nicht, wann dieser Punkt erreicht wurde, aber spätestens nachdem Nami Zeus bekommen hat, würde halt dieser ganze Fight zu einem Comedy-Fight werden, wo sie eine Wolke beschwört und wir nur noch sehen, wie Alon so Pikachu-mäßig elektrisiert wird und dabei diese Ed-Augen bekommt. So, weißt du? Ich habe aber auch direkt an Zeus gedacht. Also ich weiß nicht, ob man diese Pokémon-Logik anwenden kann, dass Elektro gut gegen Wasser ist. Aber es macht ja schon Sinn, deswegen dadurch, dass Nami jetzt Blitzkräfte hat, würde ich schon mit Nami sogar gehen. Ja, und dasselbe halt dann natürlich mit Lysop gegen Captain Kuro. Also Lysop, also ich würde sagen, Lysop ab Fishman Island mit seinen neuen Fähigkeiten, mit diesen ganzen Blumen, die er wachsen lassen kann. Ich denke schon, dass er Kuro aufhalten könnte, auch wenn es sehr falsch wirkt. Ich finde sogar schon, Lysop bei Water 7 hätte schon mit Kuro mithalten können. Also hätte den schon besiegt. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, diese Ruffy-Performance war schon ein ziemlicher Game-Changer, zumindest in der Wahrnehmung von Lysop. Also wie er Ruffy bekämpft hat. Das war schon ziemlich stark. Ja, okay. Wir lesen jetzt noch einen Kommentar vor. Es gab noch weitere gute Kommentare, aber wir wollen ja auch irgendwann mit der Review anfangen. Der ist von Wolfstarzan. Und zwar, da ging es, glaube ich, darum, wo wir geredet haben, ob Yamato ein bisschen zu spät zum Strohhut wird und dadurch so diese Dynamik mit der Bande irgendwie verloren geht. Was die Dynamik der Strohhut-Bande angeht, war für mich die Bande mit dem Beitritt von Frankie komplett. Von allen späteren Crew-Mitgliedern hat man halt zu wenig in der Gruppe gesehen. Kurz nachdem Brooke kam, wurde die Bande getrennt. Und seit dem Timeskip ist der Fokus auch gefühlt eher nur auf den starken Kämpfern der Crew. Weil es auch irgendwie bis heute nicht wie Jinbei in die Bande passt, wo eigentlich jeder, jede irgendeine verrückte Eigenschaft hat. Und egal, wer jetzt noch in die Bande kommen sollte, das neue Mitglied wird dann eh kaum noch was von der Reise mitbekommen. Und das ist für mich der eigentlich wichtigste Punkt, Alter. Bist du ein Strohhut, wenn du die Reise nicht mitgemacht hast, du Muppies? Also ich finde Brooke, finde ich sogar, also die Bewertung zu Brooke finde ich schon noch hart. Also ich finde, Brooke hat schon noch genug mitbekommen. Also allein dadurch, dass er halt in der neuen Welt ziemlich krasse so Klatschmomente irgendwie hatte, das Pornoglyph irgendwie kopiert und so, finde ich, fühlt Brooke sich schon als sehr, sehr natürliches Mitglied der Strohhut-Bande an. Aber ja, Jinbei und Yamato ziehen da halt irgendwie den Kürzeren einfach, weil sie erst zu spät dazugestoßen sind. Ich finde, was halt überhaupt nicht hilft, ist dieser ganze Kino-Content. Weil die Strohhüter haben oft in den Filmen mehr miteinander zu tun als im eigentlichen Kanon-Content. Also ich glaube, du kriegst mehr irgendwelche Szenen zwischen Sanji und Brooke hin, wenn du in die Filme reinschaust, als wenn du in die Serie selber guckst. Und das macht diese ganze Bewertung so schwierig, weil wenn Yamato irgendwie kurz vor Ende oder im letzten Arc sogar erst dazukommen sollte, aber du kriegst zum Beispiel, nachdem One Piece geendet ist, so Dragon Ball-mäßig oder Naruto-mäßig irgendwie noch fünf, sechs Filme, wo Yamato mit dabei ist und irgendwie Bullshit mit der Crew macht. Ja. Ist dann Yamato wirklich Teil der Crew oder nicht so, weißt du? Das fühlt sich einfach falsch an. Ja, finde ich aber auch. Ja, das ist halt dieser Nachteil daran, dass der Cast halt immer riesiger wird, wir immer mehr Parteien irgendwie haben, dass halt so diese Kerngruppe so ein bisschen den Fokus verliert. Wir waren ja sogar eine sehr, sehr lange Zeit halt auf Whole Cake Island literally gespalten so in der Gruppe. Wir haben nur eine Hälfte der Gruppe gesehen. Das heißt, selbst von diesem Kern haben wir ja in den letzten Jahren vergleichsweise wenig gesehen und da hat dann ein ganz neues Mitglied natürlich einen noch viel schwereren Stand. Also es ist eine schwierige, schwierige Angelegenheit. Ja, definitiv. Gut, das soll es mit den Kommentaren für diese Woche sein. Wie gesagt, es gab noch ein paar andere gute Kommentare, aber ich will jetzt nicht 20 Minuten mit Kommentaren nur verbringen. Ganz wichtig, nur ganz wichtig, beim letzten Mal war es ja nur, weil es so lange Pause gab. Ganz wichtig, dieses Mal, beziehungsweise ab dieser Folge haben Nandos und ich vor, die Reviews ein bisschen anders enden zu lassen als sonst. Also bitte, bitte, versucht dieses Mal mindestens bis zum Ende dran zu bleiben. So, wir fangen jetzt mit dem eigentlichen Kapitel an. Das letzte Mal, als wir mit 1111 aufgehört hatten, haben wir so ein bisschen darüber geredet, warum es ein bisschen komisch ist, dass das kein großes Zorro-Chapter war. Und wir haben es beendet mit diesem riesigen Mecker, der sich bei Joyboy entschuldigt. Und ich hatte persönlich den Wunsch, dass es damit eventuell ein bisschen weitergehen könnte. Aber nein, das haben wir nicht bekommen, was enttäuschend war. Auf der anderen Seite, was sehr, sehr positiv ist, womit ich ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt kaum gerechnet habe, ist, dass der Countdown von Vegapunk sehr viel schneller rumgeht als gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon bei einer Minute angekommen wären. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich fand es erstmal enttäuschend, dass wir zu den Mechernix gesehen haben, auch wenn es leider irgendwie auch klar war. Aber umso positiver finde ich, dass dieser Countdown ziemlich schnell runtertickt. Also man kann natürlich trotzdem sagen, dass alles, was jetzt während diesem Countdown passiert, halt sich so ein bisschen gestreckt anfühlt. Man wartet halt trotzdem noch einfach nur, dass der halt zu Ende geht. Aber es ist zumindest eine positive Überraschung, dass es relativ schnell geht. Und alles, was wir hier zu sehen bekommen haben, während der Countdown runterläuft, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, inhaltlich ist jetzt nicht extrem viel passiert. Aber es waren ein paar coole Schlagabtausche, ein paar coole Zeichnungen und so. Also ich fand, das war eigentlich ein ziemlich gelungenes Comeback-Chapter. Ich fand es, also vom Content her wirkt es irgendwie voller, als es tatsächlich ist. Ich hatte das Gefühl, dass auf jeder Seite genug passiert ist. Also ich hatte schon meinen Spaß mit diesem Comeback-Chapter. Ja, ja, schon. Es beginnt erstmal damit, wir sehen die ganze Zerstörung auf der Insel und so weiter. Und wir sehen, wie unser Glatzkopf-Samurai, Pferde Gorosei Aschuro heißt der, glaube ich, einen der Pazifisten auseinandergenommen hat. Und er verflucht so ein bisschen Vegapunk, von wegen, sie ist nicht mehr als ein zwölfjähriges Mädchen. Und du hast ihr die Kraft gegeben, ganze Nationen zu zerstören. Und dieser Rebellismus von dir, Vegapunk, soll bestraft werden. Ich finde generell, dass der Typ erwartet, also wirklich erwartet, cool rüberkommt in diesem Chapter. Gerade so gegen Ende, wenn er dann so mit seiner Badass-Pose dasteht. Der delivered bis jetzt. Und so sehr er-delivert, so enttäuscht bin ich immer noch von dem Wurm-Typen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, vor allem, ja, also die haben jetzt hier schon sehr unterschiedliche Performances hingelegt. Also der Schwertkämpfer, dieses Pferde-Typ, also der rasiert halt wirklich komplett. Der war ja auch in den letzten Chaptern schon richtig geil. Und der Wurm-Typ, der wird hier gefühlt so ein bisschen zur Witzfigur gemacht. Also der wird einmal durchgeschnitten oder dann nochmal durchgeschnitten. Kommt dann wieder, nur um dann nochmal aufs Maul zu bekommen und ist jetzt wieder weg. Also der ist auf jeden Fall noch in der Brink-Schuld, aber immerhin so zwei von den fünfen finde ich schon extrem geil. Also der Vogel ist auch halt ziemlich, ziemlich nice. Und der findet dann ja am Ende sogar diese Übertragungsschnecke. Oder das, was wir glauben sollen, was die Übertragungsschnecke ist. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du gelacht, als wir dieses Panel haben, wo Frankie gegen Käpt'n Wurm oder was er ist so episch ausholt und ich persönlich dachte schon fast, Moment mal, ist das ein Moment, wo Frankie jetzt Königshaar hinwickeln wird? Ich habe wirklich mit schwarzen Blitzen nach diesem Panel gerechnet. Wie sehr hast du das gefeiert? Also es war schon irgendwie witzig natürlich, dass Frankie einfach einen fucking Vizadmiral so auf die Fresse haut und so kurz einen Prozess mit dem macht. Aber auf der anderen Seite so, wann waren Vize-Admiräle das letzte Mal so wirklich relevant? Außer es gab, ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. Ich meine, Vize-Admiräle, wie stark sind sie jetzt? Also ist Moka nicht auf dem Level? Ja. Ich meine, er war früher in Käpt'n und dann seit G5. Ist er nicht ein Vize-Admiral? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwas anderes, aber es ist ja auch egal. Ich war jetzt nicht extrem gehypt, aber es war irgendwie ganz witzig, sagen wir mal 5 von 10. Ich habe mich eher gefragt ... Ernest, ich war richtig gehypt, als ich dieses Panel gesehen habe. Ich dachte mir, holy shit, das wird gerade richtig lustig. Und dann zu sehen, dass Frankie seinen Hals gerade gepanscht hat. Guck mal, die Falten sind fast komplett weg, so 80 Prozent. Ich habe mich gefragt, ist das eine Referenz an irgendein anderes One-Piece-Panel oder so, wenn die sich mit der Forst gegenüberstehen? Das hat mich an irgendwas erinnert. Es hat sehr starke Ähnlichkeit zu Enis Lobby, wenn Luffy gegen Luchi kämpft. Also Luchi, bevor er sich verwandelt hat. Und das wurde auch jetzt in Egghead nochmal wieder referenziert, als sie das erste Mal angefangen haben, wieder gegen einander zu kämpfen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, stimmt. Uta kann das eigentlich relativ gut. Ich mag das eigentlich. Deswegen schade, dass er das so selten macht. Aber wie oft hast du in dieser Serie Leute, die mit Fäusten gegeneinander kämpfen? Hm. Ja. Okay, es ist sehr viel los. Wir sehen, wie Bonnie ihre Fähigkeiten einsetzt, um diverse Kapitäne zu verjüngen, zu verhalten, was auch immer, und dann die wegklatscht. Sie verprügelt halt einfach ein Kind. Genau, sie verprügelt ein Kind, aber das ist okay, weil sie ja auch eigentlich eine Zwölfjährige ist. Und einer der Kettens im Hintergrund sagt, das ist hard to watch. So dieser Child Abuse ist irgendwie nicht sehr lustig. Und ich finde das irgendwie, also ich persönlich finde es, wie es in One Piece dargestellt wird, schon lustig. Und gleichzeitig kriegen wir weiterhin diesen ganzen Vegapunk-Stream, wo sie immer noch über den Vegakoffee diskutieren. Deswegen ist es, ich weiß ja, dass das frustrierend sein soll, oder weiß so, dass das uns gerade nervt, dass wir einfach wollen, dass die Geheimnisse ausplaudern, dass der Timer runtergeht. Aber nur weil ich, und es funktioniert ja auch, man ist ein bisschen irgendwie frustriert, so man will aber deswegen ja weiterlesen, bis der Counter dann runterläuft. Aber ich weiß das und es frustriert mich halt trotzdem so. Ich kann es halt nicht einfach ablegen, so, dass die da einfach über irgendwie einen Kaffee schwafeln und der verbrennt sich die Zunge. So besonders witzig finde ich es halt auch nicht. Also das mit dem Counter und da bin ich halt wirklich ein bisschen kritisch einfach. Ich finde den Aspekt geil, dass dieser Vogel-Gurus hier mit der Verräterin versucht, den Ort der Aufnahme zu finden, wo diese Aufnahme stattgefunden hat und den dann komplett wegblasen, in der Hoffnung, dass da irgendwie eine Kamera ist. Und sie sagt dann halt, ey, du kannst hier nicht wild rumschießen, wir sind in der Nähe vom Waffenlager und so. Und das könnte irgendwie, also es ist ja nicht so, dass gerade so ein Buster-Call hier unterwegs ist, aber trotzdem ist es wohl sehr, sehr kritisch, wenn das in die Luft gejagt wird. Aber aus irgendeinem Grund ist es nicht so kritisch, wenn Schiffe von außen drauf schießen. Aber ja, ich mag diesen ganzen Aspekt jetzt nicht versuchen zu finden, wo sich diese Teleschnecke, die die ganze Übertragung macht, befindet. Und ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber ich fand es irgendwie cool, dass dieser Vogel dann spüren konnte, dass über ihm sich eine Lebensform befindet. Also, dass er quasi das Chakra von dem Vieh gespürt hat. Ja, ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ist es wichtig, dass das so eine dreieckige Dendenmuschi ist? Also, dass das eine neue Form ist, die wir nie gesehen haben? Weil ich finde es voll krass, dass Oda ein ganzes Panel dafür verwendet hat, zu zeigen, dass das Ding dreieckig sein soll, weißt du? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass diese Teleschnecken auf Wano Kuni ja technisch gesehen gar keine Teleschnecken waren, sondern die hatten ja irgendwie so einen anderen Namen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber an sich war das eine total irrelevante Info. Es hätten einfach Teleschnecken sein können und nichts, also literally nichts an der Story wäre, glaube ich, anders gewesen. Und hier ist es genauso, dass es jetzt halt eine besonders geformte Teleschnecke ist. So anders wäre es gewesen, wenn wir jetzt irgendwie genauer gesehen hätten, wie dieser Vogel die Teleschnecke sucht und dann vielleicht verschiedene Teleschnecken an verschiedenen Orten findet und dann aber weiß, ah, die ist irgendwie falsch geformt oder so. Das wäre dann vielleicht noch so ein bisschen interessanter gewesen, wenn wir halt gesehen hätten, wie er so sich da auf die Suche macht. Aber am Ende haben wir einfach den oder den vermeintlichen Reveal, oh, er hat sie gefunden und das war es dann irgendwie, war das ein bisschen überflüssig, finde ich auch. Sie sagt außerdem, nicht nur wäre diese Explosion verheerend, die Explosion würde auch die Punk Records, also die ganzen Aufzeichnungen von Vegapunk zerstören. Und mir war nicht so richtig klar, dass das überhaupt ein Ziel ist, diese Aufzeichnung von Vegapunk zu retten. Ich dachte die ganze Zeit so von wegen, okay, wir vernichten Vegapunk und alles, was er jemals erarbeitet hat. Also wir verzichten gerne auf die ganzen Errungenschaften, die er erreicht hat und so weiter. Aber anscheinend ist das ja, zumindest von ihrer Seite denkt sie, dass es ein Ziel sein muss, die ganzen Errungenschaften irgendwie noch zu retten. Ich hatte eine andere Frage zu diesen Punk Records. Und zwar war mir das irgendwie gar nicht so bewusst, dass wir so eine Decke über Eckhead haben oder in diesem Eye haben und dass da irgendwelche Daten gespeichert sind, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Also wo genau befinden wir uns eigentlich gerade? Wir sind doch schon auf der höchsten Ebene. Naja, wir sind quasi auf der höchsten Etage, aber es gibt noch eine Dachetage. Nur dieses Ei, oder? Also diese Eierschale, oder? Genau, oder zumindest, ich dachte die ganze Zeit, es wäre die oberste Spitze von dem Ei. Also dass wir Teil des Eis irgendwie auf unserer Ebene haben, aber die oberste Spitze halt wie so eine Antenne ganz, ganz oben über diesem künstlichen Himmel ist. Okay, ja, das kann sein. Also habe ich das verstanden. Aber vielleicht bräuchte ich dafür nochmal eine gute Oda-Mini-Map oder so, die uns das nochmal zeigt. Ja, das finde ich eigentlich ganz hilfreich. Ich finde es interessant, also was heißt interessant? Also wir kriegen danach, nachdem der Vogel hochfliegt, eine erleichtertes Dussi zu sehen, die weiterhin mit Kaku chillt, der noch in dieser Blase eingesperrt ist. Und er fragt sie halt, wieso hängst du hier noch ab? Und sie sagt, ich bin aufgrund meines eigenen Willens hier unten und jemand muss hier sein, um die finale Mission auszuführen, was irgendwie impliziert, dass Dussi hier verrecken wird und so. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ist diese finale Mission? Ist das etwas, was mit diesem Stream auf sich hat, den Vegapunk gleich zeigen wird? Ist das die finale Mission? Oder kriegen wir nochmal ein extra Ding, was Dussi einleiten wird? Ich glaube, die finale Mission ist einfach, diese Barriere abzuschalten. Das sagen die dann auch auf der nächsten Seite. Ähm, dann spricht Robin ja an. Äh, die Sache ist, wie sollen wir die... Nee, warte mal. Nee, warte mal, sorry. Aber ich glaube, das war irgendwas mit der Barriere. Irgendwas hatte ich da doch gelesen. Ja, doch, die reden dann doch. Dieser kleine Vegapunk spricht das doch am Ende an. Also, erst mal fragt jemand, wo ist Dussi? Sollen wir die einfach zurücklassen? Genau. Und dann reden sie darüber, dass die Barriere aber noch runtergefahren werden muss. Und dann sagt dieser kleine Vegapunk, ja, das ist Dussis Aufgabe, sie hat das freiwillig übernommen, so. Die, äh, wir lassen sie die hier deswegen zurück. Wir müssen hier Opfer ehren und, äh, überleben, so. Also, sie macht im Grunde den Bonchan, wie bei der Meta. Genau, ja, ja. Absolut. Okay, ja. Äh, ist ja auch irgendwie krass, dass der Kleine hier auch so einen Opfermove später bringt, wenn er runterspringt. Aber ich finde das so random. Er sagt nur, oh, ihr seid aber eine lustige Truppe und so im nächsten Panel stürzt er sich so vom, 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 vom Dach und springt in die Barriere rein. Ja, das bestärkt nochmal meine Vermutung, dass es wahrscheinlich einzig und allein Lilith sein wird, äh, die sich den Strohüten anschließen wird für eine Weile. Äh, weil wir immer irgendwie... Nicht der Hauptkörper meinst du? Äh, Lilith Vegapunk halt, die, die wie Nami aussieht. Ja, aber genau, aber nicht dieser, meinst du, der Stella kommt nicht mit? Also der Old Man Vegapunk? Nein, ich glaub, der wird sterben. Okay. Also, ich mein, zuletzt haben wir ja gesehen, dass er gestorben ist, beziehungsweise sein Herz gestoppt ist, was er überhaupt diese, diesen Livestream, äh, aktiviert hat. Deswegen glaub ich nicht, dass da noch was kommt. Okay. Ja. Ich bin mir noch... Könnte halt wieder so ein Orochi-Ding sein, ne? Aber gut, der hatte auch eine spezielle Teufelskraft. Mal schauen. Ja. Zumindest ist Addison noch nicht tot. Er sagt ja, ich werde noch nicht sterben. Also jetzt noch nicht. Das stimmt. Also es kann sein, dass wir ihn irgendwie zum Schluss vielleicht noch mitnehmen. Ich find's sowieso cooler, wenn er vielleicht dabei wäre, weil ich keinen Nutzen für Lilith irgendwie sehe. Ich mein, sie ist literally Nami mit ihrer diebischen Art und so weiter, weißt du? Und ich weiß nicht, vielleicht wäre ich süßer, wenn wir einen kleinen Gefährten für Chopper hätten, weil so haben wir zwei Maskottchen an Bord. Oh, nee. Auf jeden Fall. Brauch ich jetzt nicht. Dann kommt der Wurm wieder raus. Ähm, wie ich's dir schon mal gesagt hatte, ich glaub, dass ich glauben würde, wenn der Wurm seinen Comeback gibt, dann, dass er aus dem Boden herausspricht. Aber so richtig Boden ist das nicht, weil die Palmen, die er einsaugt, sind ja seitlich. Also irgendwie hat er sich scheinbar, er hat sich noch nicht mal regeneriert. Er ist auf jeden Fall immer noch ein abgeschnittener Wurm. Und er hat so einen krassen Vortex, wenn er, ähm, wenn er versucht, Luft einzusaugen, äh, dass die, äh, dass Luffy sich entscheidet, ihn einfach mit so einem Turm zu füttern. Und das ist so ein komischer Anblick, weil du siehst ja, dass der Wurm so ein bisschen gecuttet ist. Ich seh, ich versteh das doch richtig, oder? Also dieser Wurm ist nicht komplett, oder? Boah, ich find's ehrlich gesagt schwierig zu sagen, weil wie keine wirkliche... Weil unter ihm sieht man zwar einen Teil von seinem Torso, aber ich dachte, das wäre einfach nur der tot rumliegende Teil, der abgeschnitten wurde. Weil, mein ganzes Ding ist, wie saugst du etwas ein, wenn du ein riesiges Loch hinter dir hast? Also, weißt du, wenn er abgeschnitten ist? Wie funktionieren Löcher? Oh, da sind wir wieder bei der, bei der Frage. Ja, das ist der eine rote Faden. Was sind Löcher in One Piece? Oder beziehungsweise, was ist eine, äh, Luftlinie? Oder beziehungsweise ein, äh, Dings, äh, wie heißt das? Windpipe? Gebel Strom, also. Also, was ist eine Lunge in One Piece? Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Woher hat er die Kraft, etwas einzusaugen, wenn er abgeschnitten ist? Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich find, man kann's hier nicht erkennen, ob das denn der abgetrennte Körper ist, oder ob der da noch an ihm dran ist. Aber ich muss sagen, ich find dieses, äh, diese Doppelseite echt ziemlich geil. Also, ich bin ja der Erste, der Odas Pendeling kritisiert, aber hier find ich's wirklich sehr, sehr gut. Also, vor allem gefällt mir hier, dass hier so kein Platz auf der Seite irgendwie verschwendet ist, so. Sonst haben wir ganz oft so voll große Abstände, so zwischen diesen blockigen Pendeln bei Oda, aber hier ist alles, ähm, sehr effizient gemacht, sag ich mal. Und dann dieses große Pendel, was so von links nach rechts, so noch über den rechten Rand so ein bisschen geht, also, das find ich, sieht sehr, sehr cool aus. Auch dieses Build-Up, wie Ruffy da so zu diesem Gebäude hinsprintet und dagegen tritt, also, das fand ich sehr nice gemacht. Ja. Find ich, sieht gut aus. Anschließend passiert das, was du am meisten liebst, nämlich, dass Luffy wieder zu einem ausgesaugen alten Mann wird. Wie hast du reagiert, als du das gesehen hast? Also, ich bin halt irgendwie abgestumpft, was diesen Gag angeht, in Anführungszeichen. Also, es hat mich jetzt nicht furchtbar aufgeregt, weil's literally innerhalb von einer Seite wieder erledigt ist, dann ist es auch okay, aber es hat jetzt auch kein Lachen oder so hervorgerufen. Also, ich hätte auch ohne diesen Gag jetzt leben können, aber so schlimm fand ich's jetzt eigentlich auch nicht. Dann lädt er sich relativ schnell wieder auf, nachdem die Riesen ihm ein bisschen Haifischreste mitgeben, die am Stinken sind. Ich find's erst mal krass, dass sie das so quasi in Luffis Größe haben. Natürlich sieht das für Luffy ein bisschen groß aus, aber für einen Riesen sieht das viel zu klein aus. Deswegen bin ich voll verwirrt. Also, essen die das so wie Kapseln, so wie Nüsse? Oder was ist hier das Verhältnis? Ich hab das Gefühl, oh, da weiß wieder nicht, was ist, keine Ahnung, was ist ein Snack in One Piece? Alter, wie groß muss das überhaupt sein? Was bringt einem Riesen ein Haifischsteak in der Größe? Ja, gut, vielleicht haben sie's wirklich schon vorbereitet. Sie wussten, sie treffen ihre kleinen Freunde wieder und haben so ein paar Snacks in der passenden Größe vorbereitet. Also, das ist Luffy für die nicht mehr als so ein Hamster. Die hat so ein paar Sonnenblumenkerne bei sich. So stinkende Sonnenblumenkerne. Aber das ist ja interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, wie wenig er gegessen hat. Also, nicht genug, um auf 100 Prozent zu sein. Aber nachdem er wieder zu Kräften kommt, geht er auf Gear 4. Und dann verpasst er ... Gear 3, Gear 3, sagt er. Ach so, Gear 3, sagt er. Ich dachte, er wäre wieder in seinem Spoundman-Modus. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das dachte, weil er so muskulös aussieht. Okay, er ist wieder in seinem Gear 3 und benutzt Red Rock. Und seinen Arm tut mega weh, was nun zeigt, dass diese Gear 1 bis 3 Minimum anscheinend völlig unnütz auf dem Level sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich wieder cool, dass er jetzt nicht nur noch Gear 5 irgendwie anwendet, aber genau, eigentlich ist es so eine Erklärung. Ja, er sollte aber nur noch Gear 5 anwenden, weil alles andere bringt zumindest gegen die 5 Weisen nichts. Also, ich finde es nett, dass er es wieder eingesetzt hat, aber ja, hat anscheinend nichts gebracht. Und wahrscheinlich werden wir es auch so schnell nicht wiedersehen. Ich habe überhaupt ... Sorry, ich muss sagen, diese Nahaufnahme von dem Schwein ... Ja. Was ist das? Das wollte ich nämlich auch fragen. Ich verstehe überhaupt nicht die Funktion von diesem Panel. Also, nachdem Luffy rumheult, dass seine Hand wehtut, weil der Schädel von dem so hart ist, kriegen wir noch mal ein Panel, wo man das Schwein in einer Nahaufnahme sieht. Und ich dachte erst mal kurz, Moment mal, ist er irgendwie unter der Erde gelandet durch den Schlag oder im Wasser. Aber nein, es ist nur seine Aura anscheinend, die er umgeht, deswegen sieht er ein bisschen grau. Genau, das Soundword ist Glare. Also, er starrt einfach. Er ist irgendwie ernst und starrt. Also, geht er jetzt ... Schaltet er in den nächsten Gang? Fühlt er sich disrespected, weil Ruffy nur ein Gear 3 eingesetzt hat? Also, was macht dieses Schwein jetzt, Alter? Ja, vielleicht ist es auch eine Reaktion auf Gear 3, von wegen, dass er sieht, ah, okay, Luffy ist noch nicht in der Lage, Gear 5 oder diesen Nika-Modus von ihm perfekt zu kontrollieren. Das könnte es sein, aber dieser Blick könnte alles sein. Ich finde den viel zu vage. Ich fühle mich voll so ein Attack on Titan zurückversetzt, wo ich nie die Mimiken interpretieren konnte, weil Isayama so einen merkwürdigen Zeichenstil hat. Ich check gar nicht, guck mal, wenn du nur dieses Bild siehst, hast du keine Ahnung, was mit diesem Schwein ist. Hat der Durchfall, ist der sauer, ist der traurig? Ich erkenne da gar keine Emotionen, Alter. Ja, und ich finde, das sieht halt irgendwie so ... Irgendwie, wie soll ich das sagen? Es sieht so comic-haft irgendwie aus. Mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein. Irgendwie so ... Nee, mir fällt das Wort nicht ein. So ein bisschen lose ist das gezeichnet, keine Ahnung. Irgendwie so ein bisschen clunky, keine Ahnung. Ja. Es ist ein bisschen awkward. Hab ich sehr awkward, ja, so ... Ja, er ist so ein bisschen peinlich berührt zurückgelassen, keine Ahnung. Als hätte ihn gerade jemand gedisst und er hat keine richtige Antwort darauf. Weißt du, in einem Toriyama-Manga wäre das die Reaktion von einem Willen, nachdem der Held etwas Urkomisches gemacht hat, so Gotenks-mäßig. Und er weiß gerade nicht, wie er darauf reagieren soll. Ja, man. Ey, je länger ich auf dieses Panel gucke, desto witziger finde ich es immer. Also dafür finde ich es schon gut, dass er das eingebaut hat. Ja. Wir kriegen dann mehrere Szenarien, wie die verschiedenen Gorose unterschiedliche Standpunkte erreichen. Ich glaube, das ist Saturn, weil es so aussieht wie eine Spinne, die zu Nami und Co. gerade hochkommt. Dann sehen wir, dass Bonnie, Frankie und Astro Boy, Vegapunk von dem Pferdetypen heimgesucht werden. Und das sieht mega böseartig aus. Ja, also kann ich jetzt schon mal spoilern. Allein wegen diesem Panel ist er auch mein Winner der Woche. Das ist auch, finde ich, das Panel der Woche. Das sieht ja wirklich so geil aus. Also dieses blutgetränkte Schwert, dieser Riese im Hintergrund. Und dann diese Pferdeform, alles ist so schattenhaft gezeichnet. Man sieht noch so die Flammen um den Hals. Also das sieht ja wirklich ... Also das ist einfach Aura. Also das ist wirklich krass. Vor allem, wer von den drei soll denn bitte hier eine Chance jetzt gegen ihn haben? Ja, das stimmt. Ich glaube, Astro Boy muss sich opfern. Und das ist das einzige Szenario. Oder Bonnie unlockt vielleicht noch mal eine weitere Fähigkeit. Oder sie kriegt eine neue Idee, was für eine Menschenform sie erreichen könnte mit ihrer Teufelsfrucht. Aber von den drei ... Oder der Roboter kommt. Den haben wir ja ... Oh, das kann natürlich sein, dass der Roboter ausgerechnet zu denen kommt. Aber ich sehe kein Szenario, wie die es sonst überleben. Weil dieses Pferd ist standing on business. Er ist eine Definition davon. Ja, Mann. Junge. Also wirklich krass. Also hammergeil gemacht. Ja, und das Kapitel hört damit auf, dass eine Gorose diese vermeintliche Teleschnecke, die wie ein Dreieck aussehen soll, erreicht. Weil ich sage, wie sie aussehen soll, weil es ... Also die Verräterin hat vorher gesagt, es hat ungefähr eine Dreieckige Form. Deswegen erwarte ich jetzt kein Yugi-Moto-Nurinium-Puzzle. Aber es ist ja eigentlich nur eine normale Schnecke mit noch mal so einem Empfänger auf seinem Rücken. Ja. Deswegen könnte es sein, dass das die falsche Schnecke ist und dass das quasi so ein Ablenkungsmanöver ist. Ja, also das denke ich auch. Also wenn es jetzt wirklich ... Also das kann Oda halt einfach nicht bringen, dass er uns mit diesem Countdown teasert. Und dann wird die Teleschnecke halt zerstört, bevor er die Geheimnisse ausplaudert. Das kann einfach nicht sein. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass das hier so eine Art Bait ist. Dass die so eine Falle, die Vegapunk vorbereitet hat, damit die fünf Weisen da irgendwie auf die falsche Spur geleitet werden und dann eine falsche Teleschnecke kaputt machen und wir dann die Message hoffentlich auch bekommen. Ja. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt würde es wirklich gar keinen Sinn mehr machen, diese Nachricht nicht zu zeigen. Und zuerst wenn die Strohhüte jetzt nicht erleben, aber dafür der Rest der Welt. Weil ganz ehrlich, das kann sie nicht bringen. Danach halt ... Danach, stell dir mal vor, das würde wirklich passieren, wie unfassbar schlecht diese zehn Minuten in Auslögerung noch mehr geworden sind. Weißt du? Deswegen, wir kriegen es auf jeden Fall zu sehen. Ich bin sehr gespannt, was hier die Lösung sein wird. Ja. Also ich auch. Das wird wirklich extrem geil. Also davon verspreche ich mir tatsächlich jetzt auch wirklich sehr, sehr viel. Also der kann nicht extra diesen Countdown einführen und dann irgendeine 0815-Info droppen, die wir vielleicht sogar schon kennen oder aus Theorien kennen könnten. Also das muss jetzt wirklich so ein richtiger Gamechanger sein. Ja. Wenn wir über Gewinner und Verlierer der Woche reden, ich also ganz klar, unser Pferd ist der Gewinner. Ich würde sagen, der Wurm ist der Verlierer und nicht der Wurm von der Marine, sondern der Wurm von den Gorose. Weil der Wurm von der Marine ist sogar ein bisschen Anwärter auf Gewinner der Woche. Weil dieses Panel ist so cool mit dir. Er klingt auf die Fresse, was hat er denn geleistet? Ja, aber davor, weißt du, mit voller Entschlossenheit denkt er sich, dass er eine Chance gegen Frankie hat und dann macht ihn Frankie kaputt. Eigentlich könnte man dann argumentieren, dass eventuell Frankie Gewinner der Woche sein müsste. Aber ich habe so wenig von diesem Wurm erwartet. Weißt du, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich auf dieser Seite war? Ich dachte so, holy shit, das ist viel, viel besser als alles, was ich mir mit dir hätte vorstellen können. Ja, ich kann es auf jeden Fall respektieren. Guck mal, er hat sogar so eine Steam-Hand. Also so ein Steam-Handschuh oder so ein Arm, also dass er wirklich so Kid-mäßig was gegen Frankie machen wollte. Aber er kommt nicht dazu, weil Frankie einfach schneller und besser ist. Ja, ich kann es respektieren. Hast du einen anderen Anwärter für Verlierer der Woche außer dem riesigen Wurm? Hm, puh, vielleicht Ecki, also als ob man nicht aus dieser Blase rauskommt, also sorry. Ist das wirklich so, so ein Todesgefängnis, I don't know. Aber sonst eigentlich nicht. Also es ist einfach ein ganz solides Chapter irgendwie gewesen. Muss man einfach sagen. Genau, würde ich auch sagen. Okay, das sind unsere Gewinner und Verlierer der Woche. Ich würde sagen, das What the Fuck der Woche können wir hier als Bonus-Kategorie einführen. Das ist dieses Panel von dem Schwein, was einfach nicht zu deuten ist, aber einfach super lustig ist. Ja, man, es ist wirklich, ja, man, dieses Panel ist so, so geil, ja. Was ist eure Lieblingszeichnung aus diesem Kapitel gewesen? Lasst uns das auf jeden Fall wissen, genauso wie, was euer Highlight oder euer Lowlight aus diesem Kapitel gewesen ist. Oder auch, was ihr glaubt, ob wir schon nächstes Mal diese Nachricht bekommen werden, ob die Strohhüte die Nachricht überhaupt mitbekommen werden oder ob das eine Info nur für den Rest der Welt ist. Irgendwie fände ich es asozial, wenn gerade Robin das nicht mitbekommen würde. Hm, ja, stimmt. So, bevor wir jetzt diese Review beenden, ich habe neulich ein Video mit Pikti Mundi aufgenommen und der hat mich auf die Idee gebracht, dass Nandos und ich doch am Ende von so einer Review, damit das Ende einer Review ein bisschen mehr Content für euch hat, immer damit abschließen könnten, dass wir in ein oder zwei Minuten kurz über etwas wie zum Beispiel ein Manga oder ein Anime oder ein Videospiel oder was auch immer reden könnten, das uns in dieser Woche sehr geprägt hat. Weil Nandos und ich konsumieren ja so oder so sehr viele Medien und ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit, einzelne Videos zu all diesen Sachen zu machen. Also warum das nicht in dem Format einbauen, das wir sowieso jede Woche bringen. Deswegen würde ich gerne diese Woche starten, dass ich über einen Manga rede. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie low-key das Ganze ist oder wie unbekannt das Ganze ist. Vielleicht bin ich einfach der letzte Typ, der auf den Zug eingestiegen ist. Aber ich habe diese Woche angefangen, Marriage Toxin zu lesen. Das ist ein Manga von 2020, 2022 ist er gestartet, wo es um einen Assassinen geht, der mit Gift kämpft, okay? Was schon eine sehr ungewöhnliche Prämisse für den Schonen ist, weil es nichts irgendwie mit einem Katana oder mit Knarren oder was auch immer ist. Sondern du hast einen Helden, der mit Gift kämpft. Und sein Ding ist, dass er unbedingt eine Frau finden möchte, die er heiraten will. Aber er ist ein viel zu großer Loser, um anständig mit Frauen zu reden. Und im ersten Chapter, ich werde jetzt nicht mehr als fünf oder sechs Chapter spoilern, im ersten Chapter rettet er eine Person, die eine Matchmakerin ist. Also die Leute verkuppelt und so. Und dann fangen die beiden fortan an, quasi für ihn so Liebesoptionen zu finden. Also Frauen, die er daten könnte, damit er endlich so schnell wie möglich heiraten kann. Und dann findet er sogar, glaube ich, in der ersten Mission nach dem Piloten, so in Kapitel 2, 3, eine Frau, in die er sich verliebt und die auch auf ihn steht. Aber er entschließt sich, sie noch nicht zu daten, weil er merkt, dass er noch ein viel zu großer Loser ist, der noch nicht anständig mit Frauen reden kann. Und er will erst mal ihr Freund sein und erst mal Erfahrungen mit anderen Damen sammeln, mit denen mehr und mehr Kontakt haben, mit denen reden und so. Also noch nicht mal irgendwie auf sexueller Ebene, sondern auf einer rein kommunikativen Ebene, damit er seine Schüchternheit mehr und mehr los wird, gleichzeitig gegen ultra-badass-Gegner kämpft, was übrigens auch überragend gezeichnet ist. Und das ganze Ding, die Prämisse dieser Serie ist einfach, dass dieser wirklich wholesome Typ, der überhaupt nicht irgendwie so ein Haremheld ist oder so, was man denken könnte, sondern ein gut aussehender, unschuldiger Typ, der zumindest ein Auftragskiller ist, also vielleicht nicht so unschuldig, versucht eine gute Option, also eine Dating-Option für die Frau zu werden, in die er sich verliebt hat. Indem er einfach mehr sich unters Volken mischt, mehr und mehr verschiedene Frauen kennenlernt, die teilweise auch ihre eigenen Probleme haben. Zum Beispiel die erste Frau, die er nach seiner Traumfrau trifft, ist so eine, die voll krasse Anxiety hat und so. Und das ist dann diese typische Situation aus, die beiden helfen sich gegenseitig mehr und mehr in der Gesellschaft klarzukommen. Und das Ganze ist so süß und ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das echt so packen würde. Aber Marriage Toxin ist wirklich ein super Manga. Also ich habe jetzt so zehn, zwölf Kapitel gelesen und ich bin ein echt großer Fan davon geworden. Ja, also klingt auf jeden Fall mal noch was Neuem. Also habe ich in der Form auf jeden Fall noch nirgends gesehen oder gehört, so eine Prämisse. Also klingt auf jeden Fall lustig. Es hat bei Mal eine Bewertung von 7,4. Also gemessen daran hätte ich irgendwie gedacht, dass ich das schon öfter mal auf Twitter gesehen hätte. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich war halt auf der Manga-Seite meines Vertrauens. Und dann habe ich halt nur das Cover bei den Updates gesehen und dachte so, hey, das Cover sieht ganz cool aus. Und das ist zeichnerisch wirklich so, so stark. Da muss man auch sagen, dass das eine Story ist, die von zwei Manga gemacht wird. Also einem Schreiber und einem Zeichner. Und es ist geil. Es ist wirklich geil. Es ist visuell geil. Der Typ ist wholesome. Also bis jetzt in den ersten zehn Kapiteln ist da auch nichts irgendwie an Edgy-Inhalten. Es gibt auch tatsächlich gar keinen richtigen Fanservice, also sexuellen Fanservice. Sondern alle sehen einfach nur cool und süß aus. Weißt du? Es ist halt total wholesome. Es ist halt wie so ein Manga, der für Menschen in meinem Alter gemacht ist. Ja. Deswegen finde ich es sehr, sehr nice. Also soweit ich sehe, kann man das auch auf Manga Plus lesen. Das wird zumindest bei MyAnimeList als Quelle aufgeführt. Und deswegen, Leute, schaut mal rein. Ich hoffe, ich habe ein paar Bilder hier eingeblendet, um euch Marriage Talks ein bisschen schmackhafter zu machen. Geiler Manga. Der hat sogar einen physischen Release auf Deutsch bekommen, sich gerade von Eggman. Siehst du? Ich habe noch nie davon gehört, Alter. Wie kommt das? Weiß nicht. Also du bist jetzt auch der Erste, der über den Manga spricht. Das habe ich noch nie gehört. So weird. Aber irgendwo ist jetzt irgendein kleiner YouTuber, der uns vielleicht eventuell zuhört und denkt sich so, Barker, ich sage das schon seit 14 Jahren, Mann, dass dieser Manga so geil ist und keiner hört auf mich. Wenn ihr einer dieser Menschen seid, die von diesem Manga schon vorher gehört haben und ein großer Fan von ihm sind, dann lasst mich das wissen, nur damit ich sehe, ob es tatsächlich diese Menschen auch in unserer Community gibt. Weil ich finde, gerade gute Manga werden viel zu selten erwähnt, wenn sie nicht gerade einen Anime-Release haben. Das stimmt, ja. Ja, cool. Also danke für die Empfehlung. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Voll nice. Alles klar. So, nächstes Mal stellt euch vielleicht Nandos etwas vor. Aber es muss nicht jedes Mal was Unbekanntes sein. Es kann auch einfach so etwas Geiles, Altes sein, das uns in der Woche einfach am meisten beherrscht hat. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir diese Ecke von dieser One-Piece-Review nennen. Einfach so Barkers-Hype-Ecke oder sowas. Nandos-Hype-Ecke. Aber ihr könnt euch gerne einen Formatnamen dafür überlegen. Alles klar. Und dann für diese Woche einfach mal reinschmeißen. Lest Hunter x Hunter. Also ich habe es die letzten Wochen mal wieder rereadet. Also bester Manga aller Zeiten. Ja, genau. Das muss man wahrscheinlich nicht noch erwähnen. Es gibt kaum einen anderen Manga, der so viele Gebrauchsanweisungen in einem Panel hat, wie Hunter x Hunter während des Succession-Arcs. Gut. Wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste Woche sollte wieder ein Chapter erscheinen. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.